Also ich glaube, so eine Folge Videogame-Pickups gab es bei mir auch noch nie. Zum einen, der größte Teil der Spiele, die ich euch heute zeigen werde, ist für Playstation-Konsolen. Und, also das gab es definitiv noch nie. Alle Spiele, die ich euch heute zeige, habe ich schon mal gezockt. Oh mein Gott! Tag zusammen und herzlich willkommen im Mykos Kosmos zu einer neuen Folge Mykotransaktion Videogame-Pickups. Ich kaufe, ihr guckt, Konsum für Fortgeschrittene. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt noch ein paar andere Namen, die man sich für dieses Format hier hätte einfallen lassen können. Ja, aber es geht auf jeden Fall heute um Videospiele. Und ja, ich habe heute zehn Games mit dabei für Playstation-Konsolen, für Xbox. Und es hat sich auch noch ein Switch-Spiel hier in die Auswahl verirrt. Und ich habe das eben hier schon, ne, in dem Intro, vor dem Intro quasi gesagt. Ich habe tatsächlich in alle Spiele zumindest mal kurz reingespielt und manche sogar auch ein bisschen länger schon gespielt. Und ich habe heute auch noch zwei Controller mit dabei, die ich euch zeigen möchte. Ich habe nämlich tatsächlich, ja, mal so nach Controllern gesucht und wollte da so kleine Upgrades bzw. Erweiterungen meines, ja, Gamepad-Fuhrparks vornehmen. Und ich weiß gar nicht, womit fangen wir an? Fangen wir mit Games an oder mit Controllern? Ich glaube, ne, die Controller machen wir, glaube ich, als letztes. Wir fangen mal an mit Playstation-Games. Und das erste Playstation-Game, was wir jetzt hier nehmen, das ist, glaube ich, ein, ja, realistischer Game-of-the-Hear-Kandidat. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber schon eine Menge gespielt. Und es ist natürlich Astrobot, ne, da kam ich auch nicht drumrum. Ich habe mir das jetzt auch, ähm, Day One tatsächlich gegönnt. Ganz lieben Dank nochmal an einen geschätzten Kollegen, der mir da einen Tipp gegeben hat. Ich habe das Spiel nämlich jetzt für 50 Euro tatsächlich neu bekommen. Es gab, ähm, bei Amazon, ja, wenn du vorbestellst, dann hast du ja immer diese Vorbesteller-Preisgarantie, ne. Also da ist es schon mal von 70 Euro auf 60 Euro runter und dann gab es halt für Prime-Kunden noch einen 20-Euro-Rabatt. Und, äh, ja, so habe ich das Spiel dann. Ne, Quatsch, ich habe es für 40 Euro habe ich es gekriegt, nicht für 50, ne. Also ich habe da jetzt 40 Euro für bezahlt und das ist mal ein echt guter Deal. Und es ist auch mal echt ein richtig geiles Spiel, ne. Also ich bin noch nicht so wahnsinnig weit, na, wobei, ja, vielleicht ein bisschen weniger als die Hälfte. Also ich habe zwei dieser Galaxien quasi, ähm, habe ich jetzt schon durchgespielt und habe mir da diese Chips-Bauteile geholt. Aber da steht mir noch einiges bevor, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil, ähm, das Spiel hier ist wirklich richtig, richtig gut. Also es strotzt vor Detailreichtum, tolle Gameplay-Ideen, der DualSense-Controller wird ja auch richtig toll mit implementiert. Ähm, und ja, du hast so viel zu entdecken. Ich will jetzt hier mal nichts spoilern, ne, weil ich bin selber gespoilert worden durch so ein paar Thumbnails, ne, weiß ich, äh, leider schon so ein paar Cameo-Auftritte. Wobei, wenn man sich die, äh, ja, das Cover des Spiels ansieht, sehe ich gerade, ne, dann sieht man hier auch schon so ein paar, äh, bekannte Gestalten, sage ich jetzt mal. Deswegen aber will ich da nicht so ins Detail gehen, aber ich muss sagen, es ist echt eine Spielspaßgranate. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet. Ich habe ja auch schon, ähm, die Astro Bot Rescue Mission auf VR total abgefeiert. Das war für mich, äh, immer noch das beste PSVR-Game. Ähm, dann die Playroom-Demo fand ich auch richtig gut. Die habe ich tatsächlich jetzt noch, bevor ich mit, äh, dem Astro Bot Spiel hier angefangen habe, nochmal zu Ende gespielt, weil ich hatte das damals gar nicht zu Ende gespielt, tatsächlich. Aber, naja. Aber, ähm, technisch auch eine glatte Eins. Ähm, also, da ist mir nichts aufgefallen von wegen irgendwelche Ruckler oder dass irgendwas nachgeladen wird oder keine Ahnung was, ne. Also, funktioniert von vorne bis hinten richtig gut. Ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie ein Patch seitdem runtergeladen habe. Aber klar, ein Day-One-Patch, ne, ist ja, äh, Gang und Gebe heutzutage, ne. Aber, naja. Ne, also, mir gefällt das richtig gut. Hat bei mir tatsächlich auch gute Chancen, Game of the Year zu werden, ne. Also, bin ich mal gespannt, was dieses Jahr da noch so kommt. Ähm, aber Astro Bot ganz, ganz oben mit dabei. Macht eine Menge Spaß. Werde ich auf jeden Fall noch weiterspielen. Und da werden wir in der nächsten Akimbo-Folge, ähm, eine Double-Review zu machen, der Jannis und ich. Da müsst ihr allerdings noch ein bisschen warten. Die kommt erst so Anfang, Mitte Oktober dann, ne. Ja, aber das macht auf jeden Fall richtig Laune. Was mir nicht so viel Laune gemacht hat, ähm, ein weiteres PlayStation 5-Exklusive-Game war dann leider Rise of the Ronin, was ich mir dann auch mal kurz angeschaut habe. Hab mich selber ein bisschen gewundert, dass ich's mir angeguckt habe, weil ich für mich festgestellt habe, äh, gestellt habe, ähm, dass ich dieses, äh, Japan-Setting und, äh, Gepart mit Souls-Like, dass ich das langsam doch echt überhabe, ne. Also, zu Zeiten, wo Sekiro rauskam, da war das auf jeden Fall noch etwas Frisches, etwas Neues, ne, wo man richtig Bock drauf hatte, alleine wegen des Settings und des Gameplays. Mittlerweile gefühlt in jeder Präsentation, die gezeigt wird, sind mindestens zwei Games mit dabei, die halt Souls-Like, äh, Gameplay haben und ein Asia- beziehungsweise Japan-Setting. Und ja, Rise of the Ronin ist eben ein genau solches. Deswegen hat das Spiel vielleicht bei mir auch nicht gerade offene Türen eingerannt. Im Gegenteil, ich hatte die Türen eigentlich ziemlich gut verrammelt und hab eigentlich gefühlt, wenn ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen fair bin, nur in das Spiel reingeguckt, um dann meine Vorbehalte so ein bisschen bestätigt zu sehen. Ich habe, glaub ich, so drei Stunden gespielt. Ich fand das Tutorial erstmal sehr anstrengend, weil einem da wirklich wieder alles so in ganz, ganz typischer Manier so vorgekaut wird. Ähm, das hat mich schon mal ein bisschen abgeschreckt. Dann wurde man ja irgendwann dann auf die etwas größere, offenere Welt, äh, losgelassen. Ähm, und da, weiß ich nicht, da fehlen mir so ein bisschen die Erkundungsreize, ne? Also, dass da wirklich eine richtig tolle Welt gestaltet wurde, dass man viele Locations sieht, wo man sagt, oh, da geh ich einfach mal hin auf Verdacht und gucke mal, was ich da Tolles finde. Und vor allen Dingen, dass du dann, wenn du dann mal irgendwo, äh, unterwegs bist und dich in irgendeiner Gegend ein bisschen genauer umguckst, sei es, weil du dahin wolltest oder sei es, weil du dahin gelenkt wirst, dass du dann da auch etwas findest, ähm, was diese Reise dann quasi, ähm, ja, was dich dafür belohnt, ne? Weil ich hab zwar ganz viel Kram irgendwie bekommen, aber, äh, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Also, ganz viel Crafting-Materialien und so, da sammelst du unterwegs Stöcker, Blumen, Gedöns ein und ich hab bis jetzt noch keine Ahnung, wozu ich das brauche. Naja. Kampfsystem, ähm, das ist dann das nächste Problem, weil sowas kann Team Ninja ja eigentlich. Die haben ja Nioh 1 und 2 zum Beispiel auch gemacht. Ich hab den zweiten Teil gespielt und der war zwar sehr schwer, aber das Kampfsystem hat mir da sehr gut gefallen. Ähm, ich glaub jetzt auch nicht, dass das Kampfsystem hier unbedingt schlecht ist, aber ich kam leider nicht sehr gut damit zurecht, weil ich hab immer, äh, schon Probleme gehabt mit diesen, ähm, Perfect-Parry-Systemen, sag ich jetzt mal. Hier nennt sich das, glaub ich, Konterfunke, ne? Also, wenn der Gegner eine Attacke macht, musst du im richtigen Sekundenbruchteil dann halt, ähm, ja, eine Gegenattacke machen quasi in diesem Fall, ne? Um dann, ja, ja, diesen, ne, diesen Move zu kontern und auch so ein bisschen die Haltung zu brechen und so. Und das zündet bei mir leider nach drei Stunden immer noch nicht. Ich hab's wirklich viel versucht und ich bin auch, ähm, bei einer Mission. Du kriegst dann hier auch Missionen irgendwie vorgesetzt, wo du dann in kleinere Areale geschickt wirst, kleinere Dörfer oder Festungen oder so, ne, wo du dann ja eine gewisse Anzahl von Gegnern umbringen sollst. Und da in der zweiten Mission, da ist irgendwie so ein etwas kräftigerer Gegner, der so ein bisschen aussieht wie ein Sumo-Ringer, aber ich weiß gar nicht, hatte der eine Keule in der Hand? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da brauch ich halt dieses Perfect Parry, ne? Also diesen Konterfunken und ich krieg das leider nicht hin. Was mir halt auch nicht so ganz gut gefällt, ähm, ist halt hier das Setting, ähm, ist halt, ähm, kein Fantasy-Setting. Das heißt, du hast hier nicht so From-Software-like irgendwelche abstrusen Monstrositäten als Gegner oder so. Und ich fand halt so die Gegnervielfalt hier so ein bisschen meh, ne? Dadurch, dass das halt alles nur menschliche Gegner waren, ähm, ja, fand ich das jetzt auch nicht sonderlich kreativ. Ja, technisch funktionierte das so la la, muss ich sagen. Da hat man auch schon gesehen, dass im Hintergrund mal was geflackert hat oder dass dann vor dir irgendwie mal ein paar Grasbüschel nachgeladen haben und so. Also ja, mir hat's leider nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Weiß nicht, dass ich das weiterspiele. Ist fürchte ich unwahrscheinlich. Dann hab ich, ähm, ja, mal kurz in etwas reingespielt. Da hatte ich tatsächlich einfach mal so Bock drauf. Erstmal, ähm, ja, erstmal worum's geht. Double Dragon Gaiden, ähm, Rise of the Dragons heißt es, ne? Genau. Wir haben heute ganz viel mit Rise, äh, mit Reis zu tun, ne? Rise of the Ronin, ne? Da geht's natürlich auch um den guten Langkorn-Reis. Und hier genauso, ne? Der Reis, den die Drachen am liebsten ästen quasi. Ist natürlich ganz großer Quatsch und auch gar nicht witzig, weiß ich. Ähm, ich bin ein bisschen müde, seht mir das nach. Ähm, ja, Double Dragon Gaiden wusste ich natürlich vorher schon, dass es ein neues Double Dragon Game gibt. Ähm, ich bin dann aber nochmal bei einem Pick-Up-Video vom Schroffgezockt darauf aufmerksam geworden. Beim Onkel Weidemann, der sich das, glaub ich, auch in die Sammlung geholt hatte. Und hab dann gesehen, dass das, ja, für unter 15 Euro zu haben ist. Und ich bin halt ein Fan der ersten Stunde, könnte man vielleicht sagen. Also ich hab Double Dragon Anfang der 90er Jahre auf meinem Amiga 500 immer sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, und ja, dementsprechend, ne, war ich neugierig, was das Spiel hier denn so kann. Es ist natürlich so ein Retro-Brawler, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine ganz moderne 3D-Version von Double Dragon, sondern, ne, ist eine Hommage an die alten Double Dragon Games. Und, äh, ja, so sieht das Ganze dann auch aus. Und so spielt es sich auch. Also die Steuerung fand ich jetzt nicht sehr komplex. Also ich hatte, ja, so eine Standard-Kombo. Ähm, dann konnte ich springen und in der Luft angreifen. Ich konnte Gegner greifen und den da, äh, die dann da irgendwie verprügeln. Ich kann Waffen einsammeln und so weiter, ne? Also das ist relativ rudimentär. Fand ich aber auch gar nicht so schlimm. Und ja, hab mich dann durch so, ich glaube, 3 Stages so durchgeprügelt. Und das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Das ist aber ein Spiel, was ich nicht länger als eine halbe Stunde am Stück spielen kann, hab ich gemerkt, ne? Dann wird's dann doch irgendwann ein bisschen langweilig. Könnt mir vorstellen, wenn ich das jetzt jemandem, äh, mit jemandem im Couch-Koop zu zweit spielen würde. Ich glaub, für meine Tochter ist das noch nix. Ähm, dann wär das vielleicht noch ein bisschen spaßig. Aber ich fand's so jetzt auch gar nicht schlecht. So, wie gesagt, für zwischendurch mal hier und da eine halbe Stunde. Macht das auf jeden Fall Spaß. Und ist halt auch echt nicht teuer, ne? Jo, dann haben wir jetzt noch zweimal PS4. Machen wir mal einmal ein Spiel. Das hab ich mir nur für meine Tochter geholt. Ähm, und zwar Dein erstes Pferd, die Reitschule. Hier kannst du, äh, das deutsche Reitabzeichen 10-6 machen. Keine Ahnung, ich kenn mich damit nicht so aus. Und das, äh, ist auch der Großteil des Spiels tatsächlich, ne? Dass du halt hier Fragen zu Pferd und Ausrüstung quasi zu beantworten hast. Also hier steht über tausend Fragen und Antworten von Fachleuten aus der Welt des Pferdesports. Dann gibt's aber auch noch so kleine Modi, wo du irgendwie mal auf deinem Pferd reiten kannst und wo du es waschen und striegeln kannst und so. Aber im Fokus steht tatsächlich diese Reitabzeichenprüfung und diese Fragen. Und ich dachte mir halt, ne? Also erstmal muss ich sagen, was Pferdespiele angeht, hab ich, glaub ich, ein Fullset. Mittlerweile, ich glaube, jedes Game, wo ein Pferd drin vorkommt, hab ich. Dadurch, dass meine Tochter halt so ein riesengroßes Pferdemädchen ist, sag ich jetzt mal. Guck ich natürlich immer, was gibt's da Schönes, ne? Und, ja, was weiß ich, ne? Horse Club Adventures, mein Gestüt, dein Gestüt, ihr Gestüt. Bibi und Tina, ich weiß gar nicht, was ich da noch alles habe. Emerald Valley und so, ähm, und ich weiß gar nicht, wie hieß denn das noch? Das ist, glaub ich, so ein Disney-Film, Spirit oder so, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall dachte ich, das ist mal ein bisschen was anderes, da lernst du vielleicht mal ein bisschen was dabei. Ja, ist auch so, aber das hat dann auch zur Folge, dass sie das genau einmal spielen wollte und dann nicht nochmal. Nachteil ist, ähm, zum einen, dass man hier halt alles lesen muss, ne? Und sie ist jetzt halt in der zweiten Klasse. Sie kann lesen, aber es dauert halt alles ein bisschen länger. Und ich hatte jetzt auch keinen Bock, die ganze Zeit ihr diese Pferdefragen vorzulesen. Und was ein bisschen blöde war, wenn sie jetzt mal hier irgendwie was Falsches ausgewählt hat oder so, oder auch selbst, wenn du was Richtiges auswählst, dass da keine großen weiteren Erklärungen dazu kommen, ne? Warum das denn so ist oder warum es denn nicht so ist? Also da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Hat mich, glaub ich, auch 15 Euro gekostet. Ja, bisher leider auch nicht so ein großer Erfolg bei meiner Tochter. Die beschäftigt sich dann doch halt eher auf spielerischer Ebene lieber mit den Pferden. Ja, und dann habe ich mir etwas geholt. Das habe ich mir jetzt nochmal physisch in die Sammlung geholt, nachdem ich es vorher via Game Pass gespielt habe. Und da spiele ich es tatsächlich im Moment immer noch. Also ich habe es auf der Xbox angefangen zu spielen und habe es mir dann für die PS4 geholt. Und zwar geht es hier um Tunic. Das ist jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie die Edition sich nennt. Hier steht jetzt nichts weiter drauf. Ne, kann ich jetzt leider gar nicht sagen. Es ist halt so eine Special Edition, sag ich jetzt mal. Hier ist eine Weltkarte mit dabei. Und ein digitaler Soundtrack auf jeden Fall, was ich sehr gefeiert habe. Und hier ist nochmal eine Spielanleitung, die ja auch in dem Spiel selber sehr wichtig ist. Ach nee, Quatsch. Das ist Controls and Concepts. Das ist auch so ein kleines Art-Büchlein quasi. Hier, das ist das Handbuch. Genau. Und das hier ist dann der digitale Soundtrack. Den Code könnt ihr gerne versuchen einzulösen. Ich habe das schon eingelöst und runtergeladen. Also wenn dann noch jemand von euch auch noch was davon hat, von mir aus, go for it. Ja, und das ist halt die Anleitung, die halt auch in dem Spiel selber sehr wichtig ist. Naja, und erst mal zu Tunic muss ich sagen, ich war dem Spiel gegenüber auch ein bisschen skeptisch. Das heißt, wo ich die ersten Trailer gesehen habe, das kam ja schon 2022 raus und dementsprechend hat man davor dann auch schon ein paar Trailer gesehen. Den Art-Style, den fand ich sofort richtig, richtig schön. Das hat ja so eine ISO-Optik und du spielst ja hier diesen kleinen anthropomorphen Fuchs, der auch total knuddelig aussieht und so und bist dann mit so einer Art Master Sword und Schild unterwegs, was direkt so Zelda-Vibes weckt und auch die Umgebung dieser Wald, in dem du da unterwegs warst und so, das sah alles richtig, richtig toll aus. Als ich dann aber gehört habe, dass dieses Spiel auch ein Souls-like-Gameplay ist und sich da dementsprechend vom Zelda so ein bisschen wegbewegt, was das Gameplay so angeht, da war ich eher so, boah, okay, nee, das hatte ich mir jetzt eigentlich nicht so erhofft. Und dementsprechend habe ich es dann eine ganze Zeit links liegen gelassen, weil ich auch selten Bock habe, wirklich so Souls-like-ige Games anzufangen zu spielen. Das ist mir oft irgendwie zu schwer und zu müßig und so und das mache ich vielleicht drei, vier Mal im Jahr, wenn es hochkommt. Naja, und jetzt habe ich dann doch über Gamepass gedacht, ach komm, ich hatte irgendwie gerade keine Ahnung, was ich spielen wollte und ein bisschen Zeit und dann habe ich mal Tunic runtergeladen und da reingezockt und was soll ich sagen, hat nicht lange gedauert und das hat richtig bei mir gezündet. Also erstmal ist das Gameplay gar nicht so schwer, also Souls-like kann man auf jeden Fall verstehen, woher diese Beschreibung kommt, weil du hast hier zum Beispiel auch Bonfire, an denen du dich und deine Heiltränke wieder auffüllen und regenerieren kannst und wenn du das allerdings machst, dann respawnen alle Gegner und so, wie man das aus Souls-like Games so kennt. Ja, du hast dann auch ein Dash zum Beispiel, wo du dann so eine Ausweichrolle machst und während du diese Rolle machst, gibt es so ein kleines Zeitfenster, wo du halt nicht getroffen werden kannst. Das kennt man ja auch aus Souls-like Games und so. Nur noch ein paar so andere Sachen, die auf jeden Fall so in die Richtung gehen, aber es ist nicht so schwer wie in Souls-like. Es ist jetzt nicht so gnadenlos. Die Standardgegner, auf die du hier triffst, die kriegst du eigentlich ganz gut in den Griff. Ich bin hier und da trotzdem auch mal bei Standardgegnern gestorben, gerade auch, wenn die in größerer Zahl irgendwie auftreten und du musst auch so ein bisschen herausfinden, wie mache ich die am besten platt, also einfach schwertschwingend auf die zuzurennen, das führt nicht immer zum Erfolg, also du musst schon ein bisschen bedachter daran gehen. Ja, was auch Souls-like mäßig ist, ist tatsächlich, wie die Spielwelt so ein bisschen aufgebaut ist, weil du ja auch ganz viele Abkürzungen freischalten kannst, damit du dich dann nicht durch jeden Level-Schlauch, sag ich jetzt mal, ständig durchquälen musst, in Anführungsstrichen. Naja, und also ich finde das Gameplay auf jeden Fall sehr tight, also wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, kommt man da echt gut mit klar und das macht eine Menge Spaß. Das Level-Design habe ich ja schon gelobt, die generelle Optik finde ich richtig, richtig toll. Der Soundtrack ist super. Ich bin so froh, dass hier dieser Soundtrack mit dabei war. Ich hätte ihn natürlich lieber auf CD gehabt, aber so habe ich ihn wenigstens digital. Der lief hier jetzt schon ein paar Mal rauf und runter. Das gefällt mir auch richtig gut. Die Boss-Fights machen auch echt Spaß, die sind ein bisschen fordernder. Ja, dann hast du ja auch noch so ein paar Upgrade-Systeme und so, die ich anfangs nicht verstanden habe. Ich bin zum Beispiel bis zum dritten Boss gelaufen und hatte überall die Standardwerte quasi noch, also Attacke 1, Verteidigung 1, Effektivität des Heiltrangs 1 und so, und dann habe ich halt gemerkt, dass du an den Bonnfeiern halt gewisse Gegenstände opfern kannst, um diese Charakterwerte dann hochzuleveln und so. Also das Spiel erklärt sich halt auch nicht so in allen Details, was ich auch ganz angenehm finde. Das ist ja so ein bisschen der Clou hier in dem Spiel, dass du hier immer so Seiten von einer Spieleanleitung findest, die so ein bisschen an die 16-Bit-Ära erinnert. Und da wird dann halt auch nicht ganz im Detail irgendwie mit einem Video gezeigt, was du wie zu machen hast, sondern das ist halt irgendwie so ein kleines gezeichnetes Bildchen und dann steht da irgendwie daneben, ja, drück doch mal den Knopf oder hier diese Rolle könnte hilfreich sein. Und das ist alles so eher angedeutet als wirklich ausformuliert. Finde ich eigentlich ganz cool, aber ich merke, dass ich von den Komfortfunktionen vieler aktueller Spiele doch ziemlich verwöhnt bin und viele Sachen, die dann hier so ein bisschen verklausuliert in dieser Spielanleitung drin sind, nicht leicht gerafft habe, muss ich gestehen. Aber ja, Tunic macht mir gerade richtig, richtig viel Spaß. Ich habe da jetzt auch schon so 15 Stunden reingespielt und ja, Bock, das noch weiter zu spielen. Also gefällt mir echt gut. Jo, das war das PlayStation-Lager. Siehst du, ist euch eigentlich aufgefallen? Ich habe hier so eine Hintergrundbeleuchtung. Ich bin ja eigentlich kein so großer Fan von so RGB-Beleuchtung oder so, aber ich habe mir jetzt sowas mal gekauft. Jetzt müsste ich ja eigentlich, weil ich jetzt zur Xbox gehe, das Ganze mal auf grün umstellen. Machen wir das doch mal hier. So, fancy, oder? Ja, jetzt kommen vier Games für die Xbox One beziehungsweise Xbox Series-Konsolen. Ich gucke gerade mal eben, ist das alles an? Die kann man alle auch auf der Xbox One noch spielen hier. Ja, womit fangen wir da mal an? Ach, nehmen wir einfach mal so, wie es liegt. Das ist schon ein ziemlich altes Spiel. Ich gucke gerade mal, 2015 sehe ich hier gerade. Und das ist von einer Spielzeug-Serie, die mich in den 80er-Jahren auch komplett in ihren Bann genommen hat und wo ich dann auch die Zeichentrickserie seinerzeit sehr von abgefeiert habe. Und in genau diesem Stil ist dieses Spiel gehalten. Nämlich Transformers Devastation habe ich mir nochmal geholt, muss man sagen. Ich besitze das schon digital für die PS4 und wollte das aber gerne physisch nochmal in der Sammlung haben, weil ich es, ja, also eben, muss man anders anfangen. Ich habe es damals auf der PS4 halt mir digital geholt. Und das war zu einer Zeit, das war noch vor YouTube bei mir, wo ich tatsächlich so ein bisschen auf Trophäenjagd war und habe dann auch so geguckt, na, welche Spiele kannst du denn gerade zocken, um dir vielleicht nochmal eine Platin-Trophäe zu holen. Na, und die Trophäen bei Transformers Devastation, die waren halt relativ schwer. Deswegen habe ich es tatsächlich damals nicht so weit gespielt. Nicht nur deswegen, sondern auch tatsächlich, weil ich das Kampfsystem relativ fordernd fand und ich da relativ schnell ins Gras gebissen habe mehrmals. Und dementsprechend habe ich das damals nur mal so eine halbe Stunde angespielt. Hatte aber so im Hinterkopf, ach, das möchtest du eigentlich nochmal spielen. Und besonders auch deswegen, weil dieses Spiel hier tatsächlich von Platinum Games auch gemacht wurde. Also das Studio hinter Bayonetta, hinter Nier Automata und ich weiß gar nicht, was man da noch alles aufzählen könnte. Ich wollte gerade Chained Echoes sagen. Nein, wie heißt denn das? Astro Chain für die Switch zum Beispiel. Also die können richtig gutes Action-Gameplay auf jeden Fall. Naja, und ich mache den Stil halt vor allen Dingen auch schon mal sehr gerne. Es gibt ja viele Transformers Games, die sind auch alle gar nicht so schlecht tatsächlich. Also ich glaube, die Games leiden ein bisschen darunter, dass die Filme halt mittlerweile ziemlich trash sind. Also das ist ja so ein Michael Bay Special Effect Overkill geworden, so mit den letzten Filmen so gefühlt. Aber die Games, die es da so gibt, da sind echt ein paar richtig gute Dinger dabei. Und Devastation sollte man wohl definitiv mit dazu zählen. Und ich habe das jetzt nochmal wieder angeschmissen vor zwei Tagen und habe mal so eine Stunde gespielt. Habe leider aber wieder so das gleiche Problem gehabt. Ich bin dann beim ersten Boss nicht weitergekommen. Ich habe den aber auch nur viermal versucht, glaube ich. Da bin ich auf jeden Fall immer gestorben und hatte eben nur so die Hälfte seiner Leiste runtergeprügelt. Habe aber gemerkt, dass das Kampfsystem auf jeden Fall eigentlich sehr gut ist. Sehr responsiv, sagt man das so? Also das reagiert sehr gut. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade keine gute Beschreibung dafür ein. Das kommt schon alles ganz gut hin. Aber ich müsste mich da noch so ein bisschen mehr einarbeiten, um dann da ein bisschen besser klar zu kommen. Aber ich mag das Design halt gerne und ja, ich bin halt ein Transformers-Fan seit meiner Kindheit. Und deswegen habe ich mir das hier nochmal in die Sammlung geholt. Das habe ich gebraucht, glaube ich, für unter 10 Euro geholt. Also von daher, ja, ein Schnäppchen. So, dann kommen wir jetzt zu einem Spiel. Da gehen erstmal ganz, ganz liebe Grüße in Finchis Welt. Ja, fangen wir mal erstmal an mit dem Spiel. Nämlich Sonic Superstars, das hatte er letztens auch in einem seiner Videogame-Pickup-Videos. Falls ihr Finchis Welt nicht kennt, auf jeden Fall mal dahin gucken. Weil, ja, wenn ihr die Sachen mögt, die hier bei mir so auf dem Kanal laufen, dann mögt ihr auch die Sachen, die bei Finchis auf dem Kanal laufen. Und ich muss ja auch ehrlich sein, er macht so Gaming-Videos so in der Art, wie ich sie mache, schon länger. Also ich bin da vielleicht so ein bisschen inspiriert worden tatsächlich. Naja, auf jeden Fall. Er hatte sich auch Sonic Superstars geholt. Ich glaube, bei ihm war es dann aber für die Playstation. Und hat dann aber auch sein Leid geklagt. Er hat da auch halt reingespielt und hat dann gesagt, er kam da gar nicht so mit klar irgendwie. Die Steuerung von Sonic ist halt mega träge irgendwie. Und ich dachte, ach komm, ich hatte das schon viel früher auch gekauft. Das Spiel, das habe ich tatsächlich schon in der Sammlung, kurz nachdem es rausgekommen ist. Das muss ja, glaube ich, letztes Jahr zum Weihnachtsgeschäft gewesen sein. Also hier steht nur 2023. Weiß ich jetzt gerade nicht so ganz genau. Hatte das auch schon lange in der Sammlung. Habe es jetzt aber mal angefangen auch zu spielen und dann jetzt auch in das Pick-up-Video mit reingenommen. Und ich, Finchi, ich fühle das, was du da sagst, ganz genauso. Ich habe früher schon immer so meine Probleme mit 2D-Sonic-Games gehabt. Weil Sonic es dieses Paradoxon irgendwie schafft. Es ist der superschnelle Turbo-Igel, mit dem du durch die Stages wirklich durchballerst mit Schallgeschwindigkeit irgendwie. Aber wenn du dann mal irgendwie eine Richtungsänderung vornehmen willst oder halt mal so klassisches Platforming machen willst, wo du auf irgendeine Plattform raufhüpfst und von da woanders hin hüpfst oder so, der lenkt sich so träge. Und das dauert so lange, bis der angehalten hat. Und ich habe auch ganz oft das Problem, dass ich dann abspringe und nicht da lande, wo ich hin will, weil er sich halt so träge steuert. Oder ich habe jetzt hier die ersten drei Stages, glaube ich, gespielt und habe zwei Bosskämpfe in diesen Stages gehabt. Da hast du das halt auch, dass ein Boss, das war so eine Biene, sage ich jetzt mal, so eine Roboter-Biene, die schießt dann irgendwann so ein Drahtseil schräg auf den Boden und da musst du dann hochlaufen und dann von dem Drahtseil auf den Kopf der Biene springen. So, ich hatte aber das Problem, dass Sonic so langsam da hochgelaufen ist, dass wenn ich abgesprungen bin, ist er nicht nach vorne gesprungen. Ich konnte nicht nach vorne lenken, sondern er ist halt so und dann war er wieder unten. Und dann konnte ich halt der blöden Biene keinen Schaden machen. Ich habe die dann irgendwann besiegt und so und habe das dann irgendwie hingekriegt. Aber die Steuerung gefällt mir gar nicht. Dann auch, dass du so durch die Level durchgeballert wirst teilweise mit diesem Überschall, sage ich jetzt mal, sorgt halt auch dafür, dass du nie so wirklich das Gefühl hast oder gefühlt nicht die Gelegenheit bekommst, dieses Level einfach mal zu erforschen nach Geheimnissen und so, wie man das vielleicht von so anderen schönen 2D-Plattformen irgendwie kennt, wo man dann mal so guckt, ah, okay, wenn ich da hochhüpfe, gibt es da irgendwas Schönes oder so? Dann, ich mag auch dieses System mit den Ringen, die du einsammelst, nicht, was ja so deine Hitpoints sind. In Anführungsstrichen. Dann hast du irgendwie 100 Ringe gesammelt, wirst einmal getroffen, dann fliegen alle weg. Dann kannst du vielleicht nochmal 5 einsammeln, aber wenn du das nächste Mal getroffen wirst, fliegen sowieso wieder alle weg. Also das mag ich halt auch nicht. Und ja, also ich habe gesehen oder ich mag wertschätzen, dass hier ganz viel drin steckt irgendwie gefühlt. Also hier sind viele Gameplay-Mechaniken drin. Es sieht von der Grafik her, sieht es cool aus, läuft alles auch flüssig und so. Und auch so Gameplay-Elemente, da sieht man, dass da einiges drin steckt. Wobei ich habe auch so Zwischen-Stages gehabt, wo ich dann Chaos Emeralds einsammeln sollte und wo ich mich dann an irgendwelchen Dots mit so einer Art Lasso dann irgendwie da hinschwingen sollte. Da kam ich auch nicht mit klar. Naja, aber ja, also ich kann schon irgendwie sehen, dass da eine Menge drin steckt. Und wenn ihr 2D-Sonic-Fans seid, dann wird euch das wahrscheinlich besser gefallen als mir. Mir hat es nicht gut gefallen. Ich habe es diese 3 Stages lang gespielt und nee, ist nicht meins. Ganz im Gegensatz zu Sonic Frontiers, was ich hier schon ganz oft in irgendwelchen Videos erwähnt habe, 3D-Sonic-Game, das gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Aber ich glaube, so an 2D-Sonic-Games werde ich mich so schnell nicht mehr ranwagen. So, dann habe ich etwas gespielt. Das ist so das kurioseste Spiel, was ich lange gespielt oder seit langem gespielt habe. So, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade nichts anderes ein, so Donut County vielleicht noch. Wie ist das? Donut County? Wo du dieses Loch gespielt hast, wo du einfach alles rein hast plumpsen lassen. Na, egal. Es geht jetzt aber um We Love Katamari, Reroll und Royal Reverie. Was ich auch schon länger in der Sammlung habe, aber jetzt auch zum ersten Mal gespielt habe. Und das ist mein erstes Katamari-Spiel. Also es gab es ja schon ganz, ganz lange, glaube ich, die Reihe. Ich weiß gar nicht, erstmals PlayStation 2? Ich weiß es nicht so genau. Habe ich mich jetzt auch gerade nicht so informiert. Aber ja, ich kannte das natürlich auch und habe immer, wenn ich so einen Trailer gesehen habe, so gedacht, what the fuck? Weil in Katamari ist es ja so, du rollst irgendwie so eine Kugel vor dir her und rollst halt über Sachen drüber und die bleiben dann da kleben und die Kugel wird dann immer größer. Und das ist so das Gameplay dieses Spiels. Und ja, wo ich dann immer so dachte, okay, das ist echt weird. Und es ist auch echt weird. Ich habe es jetzt halt mal so für eine halbe Stunde bis eine Stunde gespielt. Aber es macht auf irgendeine ganz komische Art und Weise Spaß. Erstmal muss man sagen, das Spiel ist auch so von der Präsentation her sehr abgedreht und so. Also wenn euch Takeshi's Castle zu Bida war, dann spielt mal We Love Katamari, weil das ist noch so von der Präsentation her und so ist das nochmal irgendwie deutlich drüber. Es ist ein bisschen Meta irgendwie auch, wie dann so diese kleinen, also von Cutscenes will ich nicht sprechen, aber Zwischensequenzen so gehalten sind. Und die erinnern so an, ich weiß nicht, ob ihr die Monty Python Filme noch kennt, vor allen Dingen auch so Sinn des Lebens und wunderbare Welt der Schwerkraft. Da gab es ja dann auch so Animationssequenzen, sage ich jetzt mal. So sehen die Zwischensequenzen hier bei We Love Katamari so ein bisschen aus. Der Soundtrack ist mega cool, auch irgendwie total weird und ein bisschen drüber, aber echt cool. Also die paar Tracks, die ich da bisher so gehört habe, fand ich mega, mega gut. Die Steuerung, da habe ich noch so ein bisschen Probleme mit. Das geht noch nicht so intuitiv, also du steuerst bisher nur mit beiden Analogsticks irgendwie. Wenn du beide Analogsticks nach da machst, dann rollt er nach da. Wenn du beide nach da machst, rollt er nach da. Aber so dieses Drehen und so, das habe ich noch nicht so gut raus irgendwie. Das ist noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen. Aber irgendwie macht total Bock. Also keine Ahnung, für zwischendurch könnte ich mir vorstellen, dass ich das bestimmt nochmal wieder reinschmeiße. Ja, irgendwie ganz schwer zu beschreiben. Ihr habt ja jetzt Gameplay gesehen, hoffentlich. Also ich fand es irgendwie cool, auf eine ganz weirde Art und Weise. Es ist irgendwie total drüber, trifft aber bei mir irgendwie trotzdem noch so den Punkt irgendwie. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Ja, dann habe ich einen Klassiker mir in die Sammlung geholt, der ein Remake spendiert bekommen hat. Nämlich System Shock habe ich jetzt mal mir in die Sammlung geholt. Das hier ist jetzt das Remake von 2023, glaube ich, von den Night Dive Studios. Die haben ja ganz viele so Remakes gemacht. Haben die nicht auch die Quake Remakes gemacht? Und noch so ein paar andere Sachen. Ich komme jetzt leider gerade nicht so drauf, was die noch alles im Portfolio haben. Aber die sind auf jeden Fall, was das angeht, so von, ja jetzt hätte ich fast gesagt, hier Boomer-Shooter-Remakes und so. Da kennen die sich aus. System Shock ist aber kein Boomer-Shooter. Bevor jetzt hier die ersten schon wieder so über den Tastaturen hängen und mir Hate-Kommentare schreiben wollen. Ich weiß, das ist in dem Sinne kein Boomer-Shooter, sondern System Shock ist so ein bisschen so einer der Urväter von Immersive-Sim-Games, würde ich jetzt mal sagen. Also da könnte man später noch so Sachen wie Deuce-X, Bioshock und so noch mit dazu zählen. Vielleicht Thief noch, keine Ahnung. Naja, aber auf jeden Fall ist das ja ein Klassiker aus dem Jahre 94 ursprünglich. Damals für PC ausschließlich erschienen und es gab dann, glaube ich, eine Kickstarter-Kampagne, die das dann hier ermöglicht hat später. Naja, und wir spielen hier einen Hacker, der im Jahr 2070 Schießmichtod irgendwie einen Auftrag bekommt an einer oder in einer Raumstation. Die heißt, glaube ich, Citadel, wenn ich das noch richtig im Gedächtnis habe. Der soll die KI, glaube ich, da irgendwie hacken, die dann irgendwie ein Eigenleben entwickelt hat. Und als wir dann allerdings auf dieser Citadel-Raumstation erwachen, nach irgendwie so einem heilenden Schlaf, der so ein halbes Jahr geht oder so, stellen wir aber fest, dass irgendwie alle auf dieser Raumstation entweder tot sind oder mutiert sind oder so. Und sondern halt gucken, was denn da so los ist. Das habe ich jetzt auch mal nur so eine Stunde angespielt. Und ich muss erst mal sagen, ich mag hier auch das Design total gerne. Es ist halt Cyberpunk. Und diese Raumstation, die finde ich schon mal von dem ganzen Design, von den ganzen Anzeigen, wie die Räumlichkeiten so gestaltet sind, was es da so für Apparaturen gibt und so. Ich finde, das hat ein total tolles Ökosystem irgendwie und eine total tolle Struktur auch. Und dann dafür, dass das Spiel so alt ist, finde ich, ist das auch vom Gameplay her gar nicht so verkehrt. Also es ist halt ein Ego-Shooter quasi, wo aber jetzt du nicht die ganze Zeit nur am Ballern bist. Also ich war jetzt die erste Stunde, die ich unterwegs war, habe ich gerade jetzt erst in der letzten Viertelstunde, glaube ich, meine erste Waffe bekommen. Davor hatte ich halt irgendwie so ein Eisenrohr, womit ich dann immer ein paar Roboter und so verprügelt habe und ein paar Zombies und so. Das fand ich schon ganz cool. Dann gibt es halt auch so Upgrades irgendwie so modulmäßig, was dann auch an Cyberpunk 2077 so ein bisschen erinnert tatsächlich, die du dir dann halt irgendwie an deinen Körper anbauen kannst oder so oder die dann irgendwie deine Stärkewerte und so ein bisschen verändern auch. Also da steckt irgendwie ganz viel drin. Ich habe jetzt noch nicht so ganz viel, wie gesagt, in dieser Stunde erlebt und weiß auch noch nicht so genau, wo der Gameplay-Fokus dann so hingeht. Aber wie gesagt, dieses Immersive Sim, das merkst du schon. Also dass du entweder dich von hinten anschleichen kannst oder du rennst wie wild auf die Typen zu oder vielleicht findest du sogar noch einen ganz anderen Weg, irgendwie durch die Level durchzukommen. Also es hat eine ziemlich offene Struktur, was so das Gameplay und so angeht. Und mir gefällt das sehr, sehr gut bisher. So vom grafischen Design, auch vom Gameplay-Design her, ja, könnte ich mir vorstellen. System Shock auch nochmal ein bisschen weiter zu spielen. So, jetzt müsste ich hier eigentlich auf rot umschalten. Gesagt, getan. Und rot heißt, na, was kommt jetzt? Natürlich Switch. Ne, muss ich ja eigentlich so Switch machen. Ja, ein Switch-Game hat es jetzt allerdings nur hier heute reingeschafft. Das habe ich gestern nochmal ein bisschen gespielt. Nämlich Harvest Teller habe ich tatsächlich mal gespielt. Wundert mich selber so ein bisschen. Irgendwie hatte ich Bock auf dieses Spiel. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch schon ein halbes Jahr draußen. Oder ist das sogar schon länger draußen? Ne, hier steht irgendwas von. Ach nee, da geht es um die Engine. 2022 steht hier hinten drauf. Oh gut, und es ist sogar noch älter, als ich gerade so im Gedächtnis hatte. Ähm, ja, Harvest Teller ist ja ein Farming-Game in Kombination mit einem Action-RPG. Ne, ähm, du spielst hier einen, also ich habe jetzt, ne, ich hätte einen Mann oder eine Frau nehmen können. Also man kann den Charakter so ein bisschen erstellen. Bei mir ist es halt eine junge Dame, ähm, die eines Tages in einem kleinen Dorf aufwacht. Und ihr Gedächtnis verloren hat und dann, ja, von der Ärztin in dem Dorf irgendwie mit in diese kleine Stadt reingenommen wird. Und die einem dann so ein bisschen da an die Hand nimmt. Und ein, ähm, dann als erstes so ein bisschen, obwohl es dauert tatsächlich ein bisschen, bis der Farming-Aspekt kommt. Ne, aber erstmal wird so ein bisschen die Story erklärt. Irgendwie, es gibt hier so eine Art, ähm, ja, Seuche oder sowas. Oder ein Ereignis, was hier diese Welt befallen hat, ähm, ja, während dieses Ereignisses ist so ein roter Kristall irgendwie, ne. Und wenn dieser Kristall irgendwie rot leuchtet, dann trauen die sich alle nicht raus, weil das, äh, wohl alles Leben irgendwie dann auslöscht. Was sich diesem Staub, den dieser Kristall, glaub ich, absondert, dann, ähm, ja, ne, was dem ausgesetzt ist, das stirbt quasi. Und deswegen wundern die sich auch ein bisschen, dass, ne, ich da draußen irgendwie rumgelegen habe und noch am Leben bin. Naja, und, ne, die Story geht dann weiter und weiter und weiter. Ja, man muss auch sagen, dass das Spiel anfangs eine ganze Zeit braucht, bis es einen dann wirklich so ein bisschen auf das Game auch selber so loslässt, ne. Also, so der Prolog quasi, wo wirklich nur Dialoge gewälzt werden, ähm, das ging bei mir schon so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Also, da muss man sich ein bisschen durchbeißen. Aber, naja, dann irgendwann wird mir dann so eine kleine, so ein kleiner, ähm, Stall zugewiesen. Und vor dem Stall ist so ein Feld, was ich bearbeiten kann. Und da darf ich dann halt irgendwie Obst, Gemüse und Gedöns anbauen. Aber, ähm, ich brauche halt auch noch Materialien, um irgendwelche Sachen zu craften oder so. Und die bekomme ich halt, wenn ich dann, äh, in die Welt gehe, wo dann halt auch so ein paar Monster unterwegs sind. Die kann ich dann halt mit, äh, mit meinen Attacken erlegen und bekomme dann von denen so ein paar Sachen, die ich dann später an der Werkbank zu, äh, irgendwelchen Sachen zusammen puzzeln kann. Und, ähm, ja, so ungefähr im Groben und Ganzen kann man sich so das Gameplay bis dahin, wo ich es gespielt habe, vorstellen. Also, es wird eine Story erzielt. Du kannst, äh, farmen und dadurch halt auch, ne, bekommst du dann halt auch Geld, wenn du dann die Sachen, die du da, ähm, gezüchtet hast, dann verkaufen kannst, ne. Du kannst dann halt noch Sachen craften und so weiter, musst dementsprechend Ressourcen sammeln und du bekämpfst halt ein Monster. Ich weiß nicht, ob dann später auch noch Bossfights und sowas da auf mich warten. Und ich muss sagen, bisher macht der Gameplay-Mix mir tatsächlich eigentlich Spaß. Ich muss sagen, dass ich von dem Kampfsystem ein bisschen enttäuscht bin bisher. Also, das hat nicht so wirklich irgendwie Umf. Ich hab bisher auch nur so eine Attacke, wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich kann, glaub ich, auch einen aufgeladenen Angriff machen, oder? Nee. Also, ich hab eine Standardattacke auf jeden Fall. Ähm, da hab ich noch eine Attacke später dazu bekommen, wo ich dann halt so mit, äh, Mana, glaub ich, also mit so Zauberenergie dann irgendwie so einen Flammenangriff irgendwie machen kann. Da scheint irgendwie ein Skilltree mit verknüpft zu sein, wo ich dann später noch weitere Attacken bekomme. Ja. Also, das Kämpfen ist bisher das, was am wenigsten Spaß macht. Ich find die Story in Ansätzen ganz interessant. Und, ähm, ja, auf Farming hatte ich halt Bock. Deswegen hab ich mir Harvestella jetzt in die Sammlung geholt. Ich hab jetzt so im Nachhinein gehört, wo ich mich hiermit ein bisschen beschäftigt hab, dass das eigentlich mehr so ein Klon von Runefactory ist. Also, vielleicht sollte ich mir auch mal so ein Runefactory-Game in die Sammlung holen. Da überlege ich jetzt gerade so ein bisschen drauf rum, ob ich das mach. Aber, ja, bisher fand ich Harvestella eigentlich ganz okay. Da werd ich bestimmt auch noch mal ein bisschen weiter reingucken. Und Harvestella hab ich gespielt gestern, äh, mit dem guten Stück hier. Nämlich den neuen Controller, den ich mir zugelegt hab. Das ist der 8-Bit-Do Ultimate, glaub ich. Ich hoffe, ich hab den Namen jetzt noch richtig. Ja, doch, genau. Ultimate Bluetooth-Controller. Den hab ich mir jetzt gekauft. Den gibt es mit dieser schönen Ladestation zusammen. Also, das sieht echt ganz stylisch aus, wenn man das Ding dann so im Regal stehen hat. Hier unten ist auch noch so eine weiße Leuchtleiste quasi, ne? Also, wenn der auflädt, dann leuchtet das weiß. Und, ja, den hab ich mir geholt, weil ich halt auch mal mit meiner Frau und meiner Tochter irgendwie was zusammen spielen möchte. Und ich hab nur einen Pro-Controller, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Aber ich wollte halt einen zweiten Controller dazu haben. Und hab dann überlegt, holst du dir noch einen Pro-Controller oder probierst du mal was aus? Und ich hatte von 8-Bit-Do schon diesen Super Nintendo-Like-Kabellos-Controller. Den fand ich damals auch sehr gut. Und dann hab ich jetzt halt ein Angebot gesehen. Ich hab diesen Controller jetzt für 50 Euro bekommen. Ja, ich hab den jetzt in weiß genommen. Das ist jetzt, der steht halt neben meinem Switch-Stock, was schwarz ist. Das ist halt ein kleiner Kontrast. Und, ne, die Monks unter euch, die hätten sich den dann wahrscheinlich lieber in schwarz geholt. Der hätte mich aber 20 Euro mehr gekostet. Und ich find's jetzt nicht so schlimm. Grundsätzlich mag ich die Controller-Farbe weiß eigentlich sehr gerne. Was hier ganz cool ist, also zum einen, jetzt um mal im Vergleich zum Pro-Controller zu nehmen. Von der Haptik finde ich den sehr ähnlich. Der liegt auch sehr gut in der Hand. Der ist leichter, ein bisschen. Das kann man jetzt mögen oder nicht. Mich stört's auf jeden Fall nicht. Du kannst ihn per Bluetooth oder 2,4G mit entweder der Switch oder mit dem PC verbinden. Also das sind die beiden Systeme, womit du den benutzen kannst. Es ist noch ein Dongle tatsächlich mit dabei. Der ist hier unten in dem Dock mit drin. Und hier unten, ne, macht ihr hier diese Klappe auf, ne, was ich gerade gemacht hab. Und dann habt ihr da diesen USB-Dongle hier mit drin. Ja. Den brauch ich aber für die Switch tatsächlich nicht. Ich mach das halt über Bluetooth, ne, und dann funktioniert das auch so einwandfrei. Ähm, die Knöpfe hier, die Action-Button sind, ja, auf jeden Fall gut. Ne, ich würde sagen, dass die vielleicht bei dem Pro-Controller sich ein bisschen besser anfühlen. Steuerkreuz, würde ich sagen, ist ähnlich gut. Die Trigger-Buttons sind auch ähnlich gut. Ich finde die, ähm, Trigger hier oben, ne, das sind nicht die Trigger, ne, das sind dann die Schultertasten. Die sind ein bisschen lauter als von dem, äh, Switch-Pro-Controller. Aber von der Haptik her, wie sich das anfühlt, eigentlich gleich gut. Und du hast hier unten halt noch zwei zusätzliche Knöpfe, ne, die du dann irgendwie noch belegen könntest. Ja, ähm, ja, das ist ganz gut. Was auf jeden Fall ein Upgrade ist, äh, sind die, ähm, Analog-Sticks. Die sind nämlich mit diesem sogenannten Hull-Effekt, glaube ich, nennt sich das, ne. Also die haben keinen Drift oder können keinen Drift bekommen. Das hab ich bei meinem, ähm, Joy-Cons schon mal gehabt. Leider beim Pro-Controller bisher noch nicht, aber die können halt auch dieses Drift-Problem bekommen. Das hast du halt mit diesem Hull-Effekt-Sticks nicht, ne, das ist schon mal auf jeden Fall ganz nice. Was, ähm, mich ein bisschen stört bisher, vielleicht hab ich auch nur noch nicht richtig rausgefunden, wie man das macht. Ich kann mit dem hier die Switch bisher nicht einschalten. Das ist tatsächlich immer so, ich muss erst die Switch einschalten und dann drück ich nochmal, äh, mach ich nochmal den Controller an. Und dann verbindet der sich auch sofort anstandslos. Aber dass ich jetzt hier auf den Knopf drücke und die Switch geht an, das funktioniert leider nicht. Also keine Ahnung. Vielleicht mach ich da auch noch irgendwas falsch, da muss ich mal gucken. Aber ansonsten, für 50 Euro echt eine gute Alternative zum Switch-Pro-Controller. Steht dem für meine Verhältnisse eigentlich in nichts nach. Hat beides so Für und Wider, würde ich mal sagen, ne. Ja. So, das war der erste Controller. Ich hab mir aber ja noch einen zweiten geholt. Und zwar liegt das so ein bisschen da dran, äh, den hab ich mir für meine Xbox geholt. Ähm, weil, ähm, der Elite-Controller, also zum einen muss ich allen zustimmen, äh, die sagen, die Buttons sind halt sehr laut, ne. Das ist leider wirklich so, ne. Also speziell die Action-Buttons, die sind, fühlen sich dadurch auch so ein bisschen billig an, sind vom Widerstand her eigentlich ganz cool. Aber es ist halt alles sehr laut auf dem Controller, ne. Ähm, das hat mich immer so ein bisschen gestört. Und jetzt ist es halt auch so, ich hab den halt auch schon jetzt über Jahre ganz viel benutzt, dass die, äh, Gummierung da drum, ne. Dass die sich jetzt an manchen Stellen schon so ein bisschen anfängt zu lösen. Und ich musste den auch schon mal einmal einschicken, weil ich das Problem hatte, dass die Schultertaste oben, äh, nur noch, ähm, ja, so eine Art Wackelkontakt hatte, ne. Mal hat sie reagiert und mal nicht. Das haben die dann anstandslos während der Garantie repariert. Und im Moment funktioniert das auch, aber ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwann auch mal wieder ein Problem auftritt. Naja, und deswegen wollte ich mir einen anderen Controller holen. Und ich hab mir jetzt folgenden geholt. Hier den Razer Wolverine V2, äh, in weiß. Ähm, auch kabelgebunden, leider, ne. Das ist wirklich tatsächlich schwierig, äh, für die Xbox-Controller zu bekommen, äh, die kabellos sind, die nicht von Microsoft kommen. Also das ist gar nicht so einfach, da irgendwie was zu finden. Und, ähm, ja, ich hab mir jetzt den Razer Wolverine V2 geholt. Das war ein Amazon-Warehouse-Deal für um die 50 Euro. Und erst mal die Action-Button, das sind Mikro-Schalter hier, ne. Das ist schon mal mega, mega cool. Nicht nur die Action-Button, auch das Steuerkreuz, äh, das sind Mikro-Schalter. Ja gut, das hier, das sind, glaub ich, ganz normale Knöpfe. Die Trigger, ähm, die oberen, das sind auch Mikro-Schalter. Hier die Bumper hier nicht. Dann hast du hier noch, äh, zusätzliche zwei Knöpfe. Das sind auch Mikro-Schalter. Ja, ja, und, ähm, es gibt den auch als RGB-Variante. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ich mag RGB nicht so gerne, auch wenn ich jetzt im Hintergrund die Lampen da jetzt stehen hab, ne. Aber, dass mein Joy-Pad jetzt irgendwie leuchtet und so, das muss nicht sein. Deswegen hab ich jetzt hier die Standard-Variante mir zugelegt. Und bisher bin ich damit echt zufrieden, muss ich sagen. Ich hab halt so ein bisschen Problem darin gesehen, dass es den Kabel gebunden ist, ne. Und war halt schon jetzt über Jahre, äh, gewohnt, kabellose Controller zu benutzen und fand das dann nicht so cool. Aber ich dachte, komm, probier's das mal aus. Das Kabel, was hier dabei ist, das hat auch eine ordentliche Länge. Das ist, glaub ich, ja, wenn ich jetzt mal so schätze, zweieinhalb, drei Meter lang. Ich hab da jetzt trotzdem noch eine USB-Verlängerung rangemacht, weil ich halt so drei, vier Meter weit weg sitze. Und damit das Kabel nicht so auf Spannung im Raum ist, hab ich dann lieber noch eine Verlängerung dazu genommen. Ja, also bisher, ich hab da jetzt echt schon einige Spielstunden gespielt. Also Tunic spiel ich mit dem Ding hier gerade und bisher bin ich damit sehr zufrieden. Ich würd jetzt nicht sagen, dass er besser ist als der Elite-Controller, aber er ist anders. Und auch gut. Ne, also ich bin da auf jeden Fall zufrieden mit. Und ja, Warehouse-Deal, wie gesagt, 50 Euro, kann man mal machen. Jo, gut, Leute, das war jetzt meine Videospiel-Pickups, ne. Zehn Games, zwei Controller. Ja, so in fünf bis sechs Wochen, denk ich mal, vielleicht auch eine Woche länger, ähm, wird dann wohl die nächste Ausgabe kommen. Ich bin jetzt gerade dabei, eine kleine Bestellung auf Otto zu tätigen. Ich warte noch ein bisschen, weil ich spekuliere drauf. Ich hab tatsächlich, äh, morgen Geburtstag, ne, also wenn ihr Dienstag dieses Video sehen solltet. Und man kriegt von Otto ja gerne mal zum Geburtstag so einen kleinen Rabattgutschein zugeschickt. Auf den warte ich noch oder auf den spekuliere ich so ein bisschen. Da will ich bei Otto noch ein paar Games bestellen. Und ich hab auch so schon noch ein paar andere Sachen hier, äh, in den Regalen stehen. Also die nächste Ausgabe ist gesichert. Und, ähm, ich glaube, ich kann dann in der nächsten Ausgabe euch auch mal zwei kleine Handhelds zeigen, die ich mir noch in die Sammlung geholt hab. Also das so als kleiner Spoiler fürs nächste Mal. Boah, irgendwie ist mein Hals am Kratzen schon seit so ein paar Tagen. Ja, keine Ahnung, ob das noch eine satte Erkältung wird. Ich hoffe nicht, weil ich wollte eigentlich nämlich jetzt für einen Freitag wieder ein schönes Video für euch fertig machen. Hoffe, dass ich das auch hinkriege. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt Gegenwart, äh, auf jeden Fall. Da muss ich euch danken, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt mir gerne mal was in die Kommentare zu den Games, die ich mir geholt habe. Oder zu den Games, die ihr euch geholt habt. Ich lasse mich ja auch immer gerne von euch so ein bisschen inspirieren. Und ja, wie gesagt, nochmal danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns hier bei mir beim nächsten Video wieder. Da freue ich mich. Und bis hoffentlich dann, sage ich dann jetzt erstmal. Tschö.